Leute, was geht? Hier ist Flair aus Deutschland. Ich bin in der Schweiz, ihr wisst Bescheid, das ist Joke TV. Ich muss einen Witz erzählen, habe ich gehört. Okay, ich bin eigentlich nicht so ein lustiger Typ, aber einen Witz habe ich vor euch auf Lager. Geht eine Prinzessin durch den Wald, Alter. Geht eine Prinzessin durch den Wald und trifft auf einmal so einen Frosch, der da unten im Gebüsch so sitzt, Alter. Sie freut sich voll, Alter, geht zu dem Frosch hin und sagt, ey, sag mal, ey, Frosch, bist du der Frosch, den ich küssen muss, damit er ein Prinz wird? Und wisst ihr, was der Frosch sagt? Nein, Mann, das ist mein Bruder, mir muss sein Blasen. Geht es Bescheid, das ist Joke TV. Flair ist am Start. Peace.